Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV und unser SK Sturm trifft morgen in Hütteldorf auf den SK Rapid Wien. Es ist mal wieder das große Prestigeduell zwischen Wien und Graz, zwischen Rapid und dem SK Sturm. Und ja, unsere Blackies könnten Punkte auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen für beide Teams. Allerdings muss man sagen, es ist eine wichtige Partie, denn ja, beide haben den Start so ein bisschen verschlafen im Frühjahr. Unsere Blackies ganz gewaltig, die Rapidler, naja, haben jetzt auch nicht das Grüne vom Ei bis jetzt zusammengebracht. Grüne vom Ei. Eben mit einem Punkt gegen die Austria im Derby und einer späten Niederlage gegen die Admira. Und unsere Blackies eben mit 2 0 zu 1 schlappen gegen Mattersburg und eben jetzt den WAC. Und ja, da muss man natürlich sagen, es ist schwer, da einen Favoriten auszumachen. Auf dem Papier ist der leichte Favorit vermutlich trotzdem Rapid. Nicht nur aufgrund des Heimvorteils. Unsere Blackies, klar, vor allem mit den dargebotenen Leistungen kann man da einfach nicht zufrieden sein, was bis jetzt da aufs Parkett, ja, geklatscht wurde, gezaubert, darf ich an der Stelle ja wirklich nicht sagen. Aber naja, neues Spiel, neues Glück, hoffentlich. Positiv ist natürlich auch, die Rapidler spielen zu Hause, ist für uns in diesem Fall vielleicht sogar ein Vorteil, weil man nach den ersten zwei Partien nicht den ganz großen Druck hat, meines Erachtens nach, gewinnen zu müssen. Ich glaube auch, dass die wenigsten wirklich mit einem Auswärtssieg rechnen. Man kann natürlich hoffen, aber ja, kalkulieren würde ich damit ehrlich gesagt auch jetzt nicht unbedingt. Aber eben, man kann es vielleicht wirklich ausnutzen, dass Rapid diese Drucksituation mit den Fans im eigenen Rücken jetzt auch wirklich hat. Also bei uns an Blackies heißt die Devise im Grunde dann ja hoffentlich, ja, die Abwehr gut zusammenhalten und eben auch die Konter dann auch reinmachen und hoffentlich eben Torchancen herausspielen und eben die Räume nutzen, die man hoffentlich auch haben wird. Und personell sieht es ja bei uns an Blackies mittlerweile wieder ein bisschen besser aus. Also Edom Bonschi ist auf jeden Fall Thema für den Kader. Ob er schon in der Startelf sein wird, weiß ich nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten ist eigentlich außer Grazer und Zulechner die gesamte Mannschaft an Bord. Also Spendlofer soll ja noch immer nicht ganz fit sein, wird also wieder nicht in der Startelf stehen vermutlich. Oder höchstwahrscheinlich eher. Dafür vielleicht Essay, also den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch am Flügel eben und allein in der Mitte. Ich will da aber gar nicht drum spekulieren. Ich kann es auch ehrlich gesagt null einschätzen, wie die Aufstellung da wirklich dann aussehen wird im Endeffekt in Wien. Ob wir eben beim System irgendwas Neues zu sehen bekommen. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass alles von der Aufstellung fast beim Alten bleibt. Ich hoffe nur inständig, dass zumindest in der Innenverteidigung da mit Schulz und Scheusengeyer irgendwas verändert wird. Dass Maricic eben so weit ist, dass man wenigstens ihn hinten mit drin hat. Denn das war einfach grauenhaft die ersten zwei Partien bis jetzt. Vielleicht noch kurz anzumerken, dass auch sehr interessant gewesen ist. Heiko Vogel war ja bei Black FM quasi jetzt im Interview in der Scherbe am E-Faschings-Dienstag. Und das ganz interessant gewesen. Also ich kann es auf jeden Fall an der Stelle, wer es nicht gesehen hat, nur euch ans Herz legen. Schaut es euch an. Ist ja bei YouTube auch zu finden, das ganze Interview. Also und man hat Heiko Vogel so ein bisschen in die Karten schauen dürfen, sage ich mal. Also die Ansätze verstehe ich jetzt glaube ich ein bisschen besser, worauf er hinaus will. Allerdings, ob die Umsetzung wirklich funktioniert und ob wir uns das leisten können. Das ist jetzt wieder die andere Frage. Da bin ich selber noch ganz zwiegespalten. Also ich bin wirklich hin und her gerissen. Soll ich das jetzt gut finden oder ich weiß es nicht. Im Endeffekt für meine Begriffe ist das Ganze eben so rübergekommen, dass man durchaus schon ein bisschen kalkuliert damit hat, dass es vielleicht zu Beginn schwer sein würde, eben wirklich die Ergebnisse und die Leistungen gleich mal zu bringen und einzufahren. Einfach aus dem Grund, er will, habe ich das Gefühl, dass neue Systeme jetzt der Mannschaft eintrichtern. Komme, was da wolle. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen stur. Andererseits muss man natürlich überlegen, naja, vielleicht kommt dann doch der große Masterplan mit dem neuen System. Dass man vielleicht dann wirklich quasi unschlagbar damit wird. Bisschen übertrieben jetzt gesagt, aber wer weiß natürlich, für was es gut ist. Das Bittere an dem Ganzen ist natürlich, man schenkt quasi die Chance, die minimalistische, zugegeben minimalistische Chance auf den Titel, sehr, sehr leichtfertig her. Und ja, konzentriert sich damit, der Mannschaft das neue System beizubringen und das alte eben wegzuwischen. Und naja, das kann natürlich trotzdem funktionieren. Die große Gefahr ist ja tabellarisch, wenn man realistisch davon ausgeht, dass Platz 2 drinnen ist, Platz 1 aber so, wie sie außer Reichweite gewesen wäre, auf lange Sicht der Saison. Ist es vielleicht sogar ein kleines Stück weit nachvollziehbar. Natürlich extrem bitter trotzdem. Ohne Wenn und Aber als Fan. Als Fan, der natürlich träumt und natürlich irgendwo im letzten Winkel seines Hinterkopfes ja dann doch den Titel so vor Augen gehabt hätte. Also der ein oder andere hat das sicher gehabt. Ich will mich ja da gar nicht jetzt ganz ausnehmen, dass ich nicht ein klein wenig spekuliert hätte. Aber auf jeden Fall so, wie ich das verstanden habe, ist die Träumerei auf jeden Fall vorbei. Also war sowieso jetzt eigentlich spätestens nach dem WRC-Spiel, bei mir persönlich auch. Aber jetzt definitiv, also auch offiziell, wenn man so möchte. Es geht im Endeffekt anscheinend nur mehr darum, eben Sturm jetzt wirklich so auf das neue System, auf die neue Philosophie einzuspielen. und eben dann hoffen, dass das Ganze greift. Und dann eben die Ergebnisse einzufahren und auch die dementsprechenden Leistungen, die eben hoffentlich dazugehören. Soviel eben dazu. Ich wollte da gar nicht so lange hängenbleiben, aber eben ganz interessant. Und nochmal, guckt euch da bei BlackFM auf jeden Fall das Video dazu an. Sehr, sehr interessant und ja, sehr ausführlich, würde ich mal sagen. Wird darüber die Taktik und alles mögliche da philosophiert. Gut, soviel eben dazu. Ja, viel gibt es da eh nicht mehr zu sagen im Grunde. Es werden ja auch einige Sturmfans dabei sein. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich habe da nur sowas von, ich glaube 1,5, die da auf jeden Fall mal verkauft wurden, von den Karten her was mitbekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich klebe mal davon aus, der Gästesektor wird gut gefüllt sein. Und ja, ich hoffe einfach das Beste. Was soll man da noch sagen? Also ich erwarte von der Mannschaft, dass sie sich zusammenreißt. Ich brauche gar keinen großartigen Appell da machen. Ich glaube, das wissen die Jungs selber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwen zufrieden stellt. Und für mich sind natürlich auch keine Ausreden. Da mögliche Transfergerüchte, da Potsmann und Hirländer bei Rapid Thema, ist mir alles jetzt gerade auch piep egal. Also die Mannschaft soll einfach den Arsch zusammenkneifen, sich anstrengen und eben schauen, dass ihr ein Ergebnis holt, das ansprechend ist. Und dann, ja, kann ich damit leben. Gut. Bevor das Video jetzt noch elends lang wird, verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die schwarzen Gemmerburschen. Auf den Dreier in Wien. Und bis dann. Ciao, ciao.